Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, an irgendwas zu glauben. Wenn du an irgendwas glaubst, dann kannst du es auch schaffen. Freunde, mal gesund. Ich hab recht. Wenn man immer schlecht gelaunt ist und nicht daran glaubt, dass man es schaffen kann, dann ziehst du wirklich Negatives an. Und das stimmt wirklich. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht. Hm, das klingt echt irgendwie komisch, aber probiert doch mal aus. Oh, Sackgasse, super. Oh, genau deswegen mag ich die Wetten. Okay, klar. Ja. Immer noch Erster. Ich meine... Und das mit dem zweitniedrigsten Level. Oh, ich bin jetzt irgendwo. Nein, das stimmt doch. Ach, wie ist es schön. Wie ist es schön. Ja. 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 Ah, da kann ich rennen. Null. Egal. Und wie es aussieht. Ich meine 4. Mit dem Kampf gerechnet. Ich dachte, er ist der Wölfling. Die würde ich niemals auf ein LFK-Spieler schießen. Das gehört sicher nicht. Ne? Ihr? Ich weiß nicht, macht ihr sowas? Ich würde ja sagen, schreibt es in die Kommentare. Von meinen 3 Zuschauern vielleicht. Ah, falsch. Also nein. Okay, ich hab's perfekt. Ja. 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 Ich bin der Skipper. Die sind auch schlecht. Uhaha. Ja. Hm. So nicht. Doch. Anscheinend doch so. Und zwar genauso. Wo war der jetzt? Dass man keine richtige Map hat? Gab's nicht mal eine Map? Doch, die war doch hier. Stimmt. Ja. Sagt mir sehr viel. Nein, Sarkasse. Ich hab's nicht vergessen. Nein. Nein. Ich hätte vielleicht Schaden abgeben sollen. Naja, das kommt als nächstes. Wenn ich mal wieder genug Energie hab. Auch wenn ich die Anzeige gerade nirgends zeigen kann. Hier können sie eh nicht sehen. Weil ich so einen alten Bildschirm hab. Und wie ich das dann hab. Mensch, Clopping machen muss. Mit, ja. So in den Wege. Damit ich auch wirklich an dem Hang heim diese blöden schwarzen Bergen hier am Rand hab. Ja. War klar. Und jetzt ist Zeit für den Super-Swiper. Na. Schade. Doch. Was ist da für den? Für den Super-Failer. Okay. Ich nehme alles zurück. Ich bin wieder Vierter. Kommt mir irgendwie nur. Boah. Ähm. Das ist falsch, das ist falsch. Das ist falsch. Wolle ich gar nicht machen. Nein. Warum hab ich diese Shotgun gewechselt? Ich hatte Raketen selber noch gar nicht. Ich hab das erste Bild erreicht. Ich weiß. Ich hab das zweite Bild schon mitgeblieben, oder? Der erste liegt mit 5 Kills in Führung. Jetzt komme ich hin. Ich hab das. Ich hab das. Aber das ... Nö, mach ich aber nicht, wenn du nicht kommst. Hast du heute einen Kill-Ferschenk? So ist das nun mal. Best in the world. Nein, 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 nicht so wieder. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, ups, ah, ah, okay. Hm, der fiel sich, äh, bad. Oh, was sagt der? Schade eigentlich. Okay, das werde ich über. Schade viel. Ich fliege immer noch hinten. Oh, ich bin immer noch vierter. Wie kann das sein? Nein, 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 nein. Der Lufa-Sniper. Ups. Ja. Ich bin immer noch. Spab, 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 spab. Spab, spab. So, und ich. Oh, und diese MG-Noten, das riecht ja eben so auf. Ja, mein Kill, ich weiß. Was? So, was du getan hast. Echt? Okay. Nein. Nein, ich war noch hinten. Und ich bin wieder vierter. Tja. Dann war's wohl mein Destiny. Hier, Level 4. 1300. Ich werde niemals wieder so schnell Micropoints bekommen. Keine Rocktokens. Was wollen die eigentlich mit den Rocktokens? Geld verdienen. Schon klar. Poste. Dann werde ich endlich zum, äh, zum Admin, zum, äh, nicht zum Admin, zum. Zum Host hier. Vielleicht ein Gegenstands-Match machen. Confirm. Oh. Nö, die haben angefangen. Keine Lust mehr. Hm. Gegenstands-Match. 15 Gegenstands-Match. EF. Was? Was kann Fabian noch nie gemacht? Mach ich bald mal. Gegenstands- Naja. Warum machen die nur so, so, so Homo-Matches? Also, nicht Schwule oder so, aber... Wieso nicht? Ich hab Lust auf Gegenstand-Matches. Also. So. So.